Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Aussehen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Sieht aus. Sah aus. Hat ausgesehen. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich sehe aus. Du siehst aus. Er sieht aus. Wir sehen aus. Ihr seht aus. Sie sehen aus. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich sah aus. Du sahst aus. Er sah aus. Wir sahen aus. Ihr sah aus. Sie sahen aus. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe ausgesehen. Du hast ausgesehen. Er hat ausgesehen. Wir haben ausgesehen. Wir haben ausgesehen. Ihr habt ausgesehen. Sie haben ausgesehen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich sehe aus. Du sehst aus. Er seh aus. Wir sehen aus. Ihr seht aus. Sie sehen aus. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich sehe aus. Du sehst aus. Er sehe aus. Wir sehen aus. Ihr seht aus. Sie sehen aus. Den Schluss macht der Imperativ. Sie aus du. Sehen aus wir. Seht aus ihr. Sehen aus sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb aussehen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Einen Daumen nach oben. Vielen Dank.